Es ist soweit. Vereinslegende Klaas-Jan Hünteler wird am Samstag gegen Werder Bremen sein Bundesliga-Comeback für den FC Schalke geben. Erfreulicherweise reist er mit und ist vorgesehen, dass er mit Sicherheit einen Teileinsatz hat. Es wäre unklug, wenn wir nicht auf seine Erfahrung zurückgreifen würden. Er hat nicht nur eine Schalke-Vergangenheit, sondern auch internationale Erfahrung. Jetzt freue ich mich wieder zurück zu sein im Mannschaftstraining. Ich habe Teile mitgemacht, heute noch Abschlusstraining und dann nach Bremen. In den letzten beiden Spielen fehlte Hünteler wegen Wadenproblemen. Inzwischen ist der 37-jährige fit für die Bundesliga, seine Rückkehr geht er aber langsam an. Natürlich will man so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen. Aber wie gesagt, das habe ich bei Ajax auch versucht. Damals habe ich zwente auswärts gespielt, das war ein bisschen zu früh. Man muss das auch gut heilen lassen und das ist auch sehr wichtig. Sonst fällst du eine Woche und dann wieder eine Woche und dann geht das nie weg. Wenn ich fit bin, dann kann ich natürlich auch 90 Minuten spielen. Fitness ist eigentlich nie ein Problem gewesen, auch bei Ajax nicht. Aber wenn man Verletzungen hat oder was dann auch, dann ist es etwas anders. Hünteler soll den klassischen Vollstrecker im Zentrum geben. Allerdings haben die Schalker bereits einen Knipser, den 18 Jahre jüngeren Matthew Hoppe, der in acht Bundesligaspielen bisher fünfmal traf. Trainer Groß sieht das Zusammenspiel der Stürmer aus zwei verschiedenen Generationen als große Chance im Abstiegskampf. Für Matthew Hoppe könnte er wirklich eine ganz wichtige Bezugsperson werden. Und ich habe Matthew schon gesagt, er soll möglichst viel von ihm kopieren, ihm abschauen. Wobei dann die Aufgabenverteilung klar ist, dass Klaas ja eine klare Sturmspitze spielt und Hoppe sein Spiel ein bisschen ändern müsste. Ich denke, dass er sehr viele gute Ansätze hat, ein gutes Spiel ist. Natürlich schießt man auch nicht umsonst fünf Tore. Also der Wille ist da, um Tore zu schießen. Er macht gute Laufwege. Die Mentalität ist super. Mentalität ist momentan das Stichwort auf Schalke. Acht Punkte beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf den Relegationsplatz. Nur mit Geschlossenheit kommt man noch aus dem Schlamassel, betont Hüntela. Am ersten müssen wir Erfolg haben. Das ist am wichtigsten. Davor müssen wir gut stehen zusammen. Keine großen Fehler machen. Und wir müssen mehr Tore schießen als Mannschaft. Und das nach vorne und nach hinten, das müssen wir mit allen machen. Also die Tore schießen wir mit allen. Verteidigen machen wir auch mit allen. Ein 37-Jähriger als Strohhalm für den Klassenerhalt. Der einstige Wunderstürmer müsste schon die Torquote seiner Glanztage erreichen, um die Königsblauen doch noch vor dem Abstieg zu bewahren. M Diskple мест거나 und Aufliegen zum戴ern. Vielen Dank.